jetzt sieht er jetzt schon wieder ganz anders aus jetzt sieht er jetzt schon wieder ganz anders aus So, jetzt einen Schuss, aber... Wo kommen die denn runter? Da sind sie. Wir warten hier mal einen kleinen Augenblick. Wir warten hier mal an. Ja, 18 Einheiten. Ist das ganz in Ordnung? Ja, 18 Einheiten. Genau, hier geht es hoch. Wir haben hier glaube ich noch ein Messer, ne? Ja. 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 Vielen Dank. So, die hätten wir erledigt. Aber ich denke mal, das hat gerade nur so gewackelt, weil wir das Kind auf dem Rücken hatten. So lassen wir den kämpfen. Umso besser ist das für uns. So lassen wir den Rücken. So lassen wir den Rücken. So lassen wir den Rücken. Kommt da noch einer? Da. So nehmen wir uns hier schönen Mungen raus. Dann passt das. Da habe ich jetzt nicht mal hingeguckt. So wechseln wir mal eben den Filter. Atmet der auch nicht so schwer. Boah, den habe ich ja erwischt. Ich habe noch Angst, dass ich, wenn ich hier jetzt singe, dass hier jemand steht. Aber hier steht noch keiner. Hier steht noch keiner. Na, die Tonung liegt oft noch. Gucken wir uns hier auf jeden Fall alles mal genau an. Nachgeladen haben wir. Gucken wir uns hier. Klicke ich hier irgendwie was Besonderes? Das hört sich auf jeden Fall nicht sehr freundlich an. Da ist ein Pfeilschimmer. Der junge Mann ist ja auch erfroren. Die Frage ist, wo geht es jetzt lang? Ach, bestimmt noch ganz oben. Oder, komm mal da gerade? Nee. Hier ist keiner. Hier ist ein Pfeilschimmer. Hier wird ein Pfeilschimmer. Ich brauche ein trumpet. Hier wird ein Pfeilschimmer. Deshalb komm mal in der Pfeilschimmer. Ich brauche ein Rass um alle. Dafür, dass der mich da umbringen wollte. Mager. Geht's denn da hin, wenn ich jetzt hier so gucke? So eine Viertelstunde wollte die Einsatztruppe wieder da sein. Müssen wir nur gucken. Warte mal, kommen wir da irgendwie hoch? Nee, kommen wir nicht. So egal. Ach doch, wären wir, glaube ich, hochgekommen, oder? Ich glaube, das lasse ich lieber. Auch wenn da vielleicht was sein sollte. Ich sag mal, man weiß ja nie. Wow. Ich sage mal, wir machen da, bitte. Okay. 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 Ich warte hier nochmal kurz. Naja, sicherlich keinen echten Idioten, weil der echte Idiot, der feuert auf mich.